Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac. Wir spielen heute mit Maggie und zwar die Challenge Meet Forever. Ja, die einzigen Regeln oder Veränderungen sind, dass es keine Itemräume gibt und wir diesen netten Kerl hier dabei haben, den stärksten Meat Boy, den es gibt. Also, wenn man vier Dings dabei hätte und wir nehmen Maggie, weil der schon Schaden macht und von daher nehme ich lieber ein bisschen mehr Leben als jemanden. Denn, ach du Scheiße, laggt es wie Hölle. Jetzt schon auf diesen Ebenen. Irgendwas funktioniert hier noch nicht gerade gut. Ich gucke nochmal nach, woran das liegt. So, hoffen wir, dass das die Probleme beseitigt hat, was ich jetzt probiert habe und wir machen weiter. Ansonsten war ja jetzt alles klar, hoffe ich. So, die bewegen sich und es laggt zumindest schon mal nicht. Und der Meat Boy, wir brauchen Geschwindigkeit, um zumindest weglaufen zu können. Ähm, du könntest dich übrigens angreifen. Das wäre irgendwie ziemlich nett von dir, würde ich sagen, oder? Wenn du nicht zu mir kommst, sondern mich ein bisschen verteidigst. Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Das wäre sehr, sehr zuvorkommend. Hallo Spinne, hallo. Sehr gut gemacht. Er hilft mir auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr nett von ihm. Gut, wir haben natürlich das Jam-Hard, um uns ein bisschen aufzuheilen. Und wir haben hier sehr, sehr viele Herzen schon. Also zwei an der Zahl. Also insgesamt drei, wenn wir das Jam-Hard mit dazu zählen. Und, äh, von daher... Aua, Mist. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber ist egal, wir haben eh genug. Wir haben eh genug Materialien und so weiter. Und, ähm, ja, von daher können wir das, denke ich mal, verkraften. Und, ähm, Itemräume gibt es ja leider Gottes nicht. Aber immerhin müssen wir auch nicht unbedingt, ähm, ja, danach suchen. Das ist ja auch ein Vorteil. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich, dass er sich hier beim blauen Stein in die Luft jagt. Das wäre echt cool gewesen. Aber leider nicht. Besonders, wenn da noch ein bisschen Damage ab drin wäre, wäre das schon ziemlich, ziemlich nett. So, jetzt mach ich fertig. Genau. Er ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Die Feuer macht er allerdings nicht aus. Die müssen wir schon von alleine ausmachen. Ah, da hat es auch mal geschossen. Ja, an diese Truhe können wir auch nicht ran. Hm, läuft nicht optimal hier. Wir bräuchten eine oder zwei Bomben. Zumindest eine. Dann könnte man die Kiste aufsprengen. Hoffen, dass da noch weitere Bomben drin sind und so weiter. Dann würde das schon gehen, alles. So, sehr gut. Beschütze mich. Beschütze mich. Vernichte die Spinnen. Los, du machst das schon. Ja, können wir ganz chillig hier nebenbei über ein Thema reden, ne? Der Meat Boy erledigt das schon alles für uns. Bomben. Jawohl, eine. Das ist sehr schön. Wir gehen aber erstmal hier lang, in diese Richtung. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Erstmal ein paar Spinnen und Feuer. Und der Meat Boy erledigt den Rest. Mann. Ach, das ist eine XL-Ebene. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe mich gerade gefragt, warum ist das so riesig hier? Meine Güte. Ja gut, das ist ja dann ganz gut. Damit überspringen wir sozusagen eine Ebene. Hallo, Spinnen. Ich habe mal ganz kurz das Bedürfnis gehabt, mit euch zu kuscheln. Ah, sehr gut. Sehr, sehr viele Bomben. Das gefällt mir hier wunderbar. Ich mag das hier. Und warum ist hier so viel Feuer? Keine Ahnung. Bedeutet allerdings auch zwei Bosskämpfe hintereinander. Aber das sollte, denke ich, zu schaffen sein. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich habe das Gefühl, es lag ein bisschen mehr als sonst. Ja, ich will heute, also ich habe es gerade spät abends, aber eigentlich will ich heute noch diese Seite anschreiben, wo ich das Ganze bestellt habe, die Teile für den PC. Weil es kann ja nicht sein, dass es so unendlich lange dauert. Ich habe da echt eine Menge Geld reingepumptet. Da kann ich ja wohl ein bisschen Service erwarten, oder? Also, ohne jetzt hier irgendwie so ein bisschen böse klingen zu wollen, aber die Seite überzeugt mich nicht wirklich. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, was das für eine Seite ist, aber machen wir mal lieber nicht, ne? Sonst schicken die mir das am Ende nie zu. Bombs Aki. Okay, das hat jetzt nicht viel bewirkt. Wir haben ein paar Bomben weniger, aber dafür ein paar Schlüssel mehr. Können eigentlich so ziemlich alles öffnen. Wäre jetzt nicht unbedingt das Problem. So, wir machen mal hier auf, Meat Boy. Boah, da kommt er. Da geht er aber aggressiv rauf hier. So muss es sein. So muss es sein, Meat Boy. Das nenne ich Engagement. Ja, wir können uns schon mal mit dem Kackhäufchen beschäftigen. Oh, was ist hier drin? Oh, noch eine Pille. Uhu, wahrscheinlich eine richtig, richtig schlechte. Tears ab. Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Schießen wir ein bisschen schneller. Dann würde ich nur noch sehr, sehr gerne ein bisschen Damage halt bekommen, ne? Weil Magdalene war halt nicht gerade stark. Und Speed wäre auch sehr cool. Und das und jenes, ne? Aber am wichtigsten wäre mir, glaube ich, Damage ab. Und dann kommt der Speed. Der Speed wäre auch noch ein sehr, sehr nettes Geschenk von euch. Sehr gut, Meat Boy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch eine... Wieso kriege ich so viele Pillen? Hoffen wir, dass es eine gute ist. Bad Gas. Okay, eine relativ neutrale. Wir gucken mal in den Shop rein. Es gibt ein Seelenherz auf jeden Fall. Könnte man sich holen. Die Karte wäre natürlich perfekt, wenn wir die hier schon bekommen würden auf dieser Ebene. Ich glaube es allerdings nicht unbedingt, dass es klappen wird. Oh, oh, Vorsicht. Sehr gut gemacht, Meat Boy. Sehr gut gemacht. Gemeinsam schaffen wir das schon. Tier ist ab nochmal. Wunderbar. Das geht hier echt gut los auf dieser Ebene. Nur halt ein bisschen Dings würde ich mir noch wünschen. Dann wäre alles in Ordnung. Ein bisschen Damage. Ah, hoffen wir, dass hier richtig viele... Oh, da waren Seelenherz dabei. What? Das ist schon erstaunlich. Wir gehen trotzdem erstmal in den unteren Raum. Es wäre vielleicht klüger, jetzt gleich zum Bossraum zu gehen, weil wir jetzt besonders viel Leben haben. Aber ich bezweifle sowieso, dass die Bosse uns allzu viel anhaben können. Für so gut halte ich mich, dass ich mit den ersten Bossen klarkomme. Werden wir sehen. Mal sehen, ob wir mit denen hier klarkommen. Oh ja. Ah, verdammt. Ach, Meat Boy. Schade. Der hätte echt sehr, sehr gerne hier explodieren können. Hoffen wir auf The Rock. Na, leider nicht. Nur ein Seelenherz. Neun Münzen. Das wird leider nicht... Moment, war hier noch ein blauer Stein? Ne, das habe ich mir eingebildet. Aber irgendwo war noch einer. Kaufen wir uns hier ein blaues Herz? Eigentlich brauchen wir es nicht, ne? Eigentlich brauchen wir es nicht. Ich würde sagen, wir sparen. Den hier auf Nummer sicher. Ich weiß nicht mehr, wo der andere blaue Stein war. Ich glaube nicht, dass er hier war, sondern ich glaube eher, dass er da unten irgendwo war. Oh man, die Karte wäre so cool. Aber wir werden hier... Haben keine Chance irgendwie an Münzen zu kommen, oder? Eine Blutbank wäre richtig viel Gold wert. Richtig, richtig viel. Aber... Ne, ne, ne. Gibt das nicht. Aber hier unten war doch blauer Stein plus Truhe, die wir noch aufsprengen können, oder? Wir sind aber auch schon echt gut ausgerüstet. Wir haben ordentlich Schlüssel. Wir haben Bomben. Bomben nicht allzu viele. Schlüssel dafür einen mehr. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erhofft. Mehr erhofft aus diesem Stein. Aber okay. Me, 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 boy. Jetzt pass mal auf hier. Verschwend mal jetzt nicht all unsere Bomben. Nur weil du gerne Fußball spielst. Ach, supi. Ja, die haben wir ja jetzt gebraucht. Dafür zwei Bomben wegzuschmeißen. Mh, könnte optimaler laufen, was? Aber ich will mich nicht beschweren. Wir haben ordentlich Tiers abbekommen. Damit können wir zumindest unseren fehlenden Schaden ausgleichen. Gucken wir mal an, den wir hier haben. Duke of Lies in der Special Form. Okay, keine Ahnung, was die so drauf hat. Aber ich hau einfach mal rein. Und der Meat Boy, der haut auch einfach mal rein. Das ist ein sehr, sehr langsamer Gegner. Von daher optimal. Jagd nicht die Fliegen. Jagd ihn. Jagd ihn, okay? Alles gut. Ja, das war's schon. Ähm, Jesus-Dings da. Range und Tiers ab. Die schießen wir noch ein bisschen schneller. Und auch ein bisschen weiter. Von daher gibt es nichts zu meckern. Und aufgegen. Auch den habe ich im Moment richtig, richtig häufig. Ähm, allerdings ist es eine Special Form. Von daher weiß ich nicht, was die so drauf hat. Ähm, werden wir herausfinden. Wahrscheinlich. Leider, leider, leider. Ja, ja genau, okay. Er spuckt keine Bomben, sondern solche Dinger. Alles klar. Alles klar. Okay, so jetzt hier. Hier bleibt er jetzt eine ganze Weile. Da können wir erstmal schön raufballern. Wenn er so rausguckt, da kann man ihn eben gut erwischen. Ähm, auch im Nachhinein noch. Kleiner Bug. Habe ich ja schon des Öfteren, glaube ich, erwähnt. Ähm, zumindest im Livestream. Oh man, warum lag das denn so? Ekelhaft. Dog Food. Wuhu. Noch ein Herzcontainer mehr. Ein Seelenherz mehr. Und einen Teufelsraum. Ähm. Ja, wenn wir uns hier den roten Freund holen würden. Der gibt uns ab und zu, glaube ich, halbe Herzen. Wenn es der ist. Es gibt zwei rote. Und die verwechsel ich gerne mal. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Der Pakt. Ich weiß nicht, was der macht. Wenn er richtig viel Damage abmacht, würde ich das in Erwägung ziehen. Von daher gucke ich mal, was der tut. Und ja, er macht Damage ab und auch nochmal Tears ab. Damit dürfte Tears ab eigentlich schon auf dem Maximum sein. Ich denke, wir nehmen das jetzt einfach mal. Okay? Wir nehmen das. Wir haben das Jamhart, womit wir uns immer einigermaßen auffüllen können. Wir holen uns das. Boah, guckt ihr an. Guckt ihr an, wie schnell wir schon feuern. Und Damage ab hat sich, Damage hat sich eben auch erhöht. Und wir haben noch zwei Seelenhetzen dazu bekommen. Das finde ich in Ordnung. Von daher gehen wir in die nächste Ebene. Und schauen mal, was sich hier so ergeben wird. Curse of Darkness. Super. Jetzt haben wir hier keine Karte. Aber kriegen wir es schon hin. Kriegen wir es schon hin. Das ist schon mal hier nicht unbedingt der gefährlichste Gegner. Allerdings auch ein Gegner, bei dem uns der Meat Boy nichts bringen wird. Ich frage mich echt, warum es gerade wie die Hölle auf Erden leckt. Jetzt schon. Ich weiß nicht, was das später werden soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Eigentlich ist alles so wie immer. Dachte ich. Dachte ich. Okay, du hast den schon mal vernichtet. Aua. Bisschen Schaden bekommen. Nicht so gut. Nicht so optimal. So, jetzt nur noch dich. Komm. Komm, 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 komm. Friss das. Meat Boy, ein bisschen mehr Bewegung. Tut dir gut. Du bist... Guck mal, dein Kopf sieht ganz schön fett aus. Der glänzt sogar schon. Als wäre er fett. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, verdammt. Genau reingelaufen. Ah, Meat Boy. Ein bisschen... Ein bisschen zügiger. Ah, eine goldene Truhe. Können wir sogar aufmachen. Ist vielleicht sogar ein Item drin. Nee, aber Geld. Geld ist auch gut. So, sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Also, so ein Stream läuft auf jeden Fall besser. Ich habe ja gestreamt, Isaac. Fand ich sehr cool. Können wir auch das Öftere nochmal machen. Auf jeden Fall. Könnt ihr ja auch mal vorbeigucken dann. Am Donnerstag gibt es nochmal einen Ding-Stream. Einen Pokémon-Stream. Aber am Freitag oder Samstag wird es einen Isaac-Stream geben. Nehme ich mal an. Mit meiner Freundin zusammen. Die wird vielleicht nebenbei sitzen. Also, das heißt, mit meiner Freundin zusammen vielleicht. Ist zumindest eine Option, weil sie da ist und so weiter. Und dann kann man das ganz gut machen, denke ich. Mal schauen, ob sie Bock drauf hat. Ansonsten machen wir es eben alleine. Aber einmal darf ich streamen. Habe ich nachgefragt. Ist okay. Gut. Hätten wir das erledigt. Ich würde ja wahnsinnig gerne wieder meine roten Herzen verlieren. Bevor ich die blauen verliere. Weil uns dann zumindest das Jammerhardt auch irgendwas bringt. Aber. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach, sehr gut. Alles geklappt. Alles geklappt. Ohne Schaden durchgekommen. Hier ist ein Schlüssel. Gut, den holen wir uns mal. Fliegen können wir jetzt auch noch sehr cool. Absolut. Gut. Wir gucken auf jeden Fall mal in den Shop rein. Wir haben jetzt genug Münzen, um uns diese Pille zu kaufen. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts Interessantes. Mal sehen, was die macht. Die war doch eben noch anders farben. Help up. Oh, sehr cool. Dann benutzen wir gleich das Jammerhardt. Hat das mal eine Verwendung gehabt. Und füllen den leeren Herzcontainer. Optimal, würde ich sagen. Sehr, sehr schöne Pille. Dass wir die haben, ist echt göttlich. Die müssen wir jetzt nur noch sehr häufig finden. Also, Safety Cap wäre cool, womit wir mehr Dings finden. Mehr Pillen. Wir hatten bisher auch, glaube ich, keine einzige Negative. Also, wir haben da schon so ein bisschen Glück. Ja, Meat Boy, mach mal. Mach du mal dein Ding. Ich mach hier so ein bisschen. So, da haben wir auch eine zerstört. So, jetzt nur noch dich hier oben. Wunderbar. Und eine Bombe. Ja. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Der Run könnte schlechter sein. Also, wir haben uns ordentlich aufpoliert. Das war meine große Sorge. Ich hoffe, dass wir es nicht schaffen werden, uns hier so ein bisschen was aufzubauen. So, an eigenem Damage. Sondern viel vom Meat Boy abhängig sein werden. Aber schaut euch das an. Ich glaube, TiersUp ist ohnehin schon auf dem Maximum. Da müssen wir gar nicht großartig weiter rein investieren. Aber wir hatten jetzt hier irgendwo doch noch eine Stelle, wo man... Hier war der Opferungsraum. Und da unten war doch der... War da nicht... Der Challenge Room? Ne, der Shop war hier. Wir könnten uns auch noch das Herzchen holen. Will ich aber eigentlich nicht machen. Eigentlich nicht. Ne, ne. Wir dürften auch mit unseren roten Herzen ganz gut klarkommen. Aber wir könnten mal hier reingucken. Mal sehen, was es hier so gibt. Vielleicht gibt es ja irgendwas Cooles. Meistens habe ich hier in diesen Räumen nicht so viel Glück. Noch ein Seelenherz. Okay. Da wird schon mal nichts verschwendet. Und ansonsten nichts. Das heißt, hier reinzugehen war ziemlich umsonst. Na ja. Man kann nicht alles haben. Okay. Die Maus hat sich abgeschaltet. Das passiert mit dieser neuen Maus irgendwie sehr gerne. Und wir legen auch einfach mal eine Bombe. Finde ich ja schon mal sehr prickelnd. Ja, Beck. Ja, klar. Kriegen auch noch Schaden. Dankeschön, Maus. Das ist echt... Echt kacke. Mit der... Ich mach sie mal einfach auf aus. Die brauchen wir ja eh nicht. Komm. Geh aus. Geh aus. Komisch, komisch, komisch. Ähm... Ich hab kein Glück mit Mäusen. Ich hab echt kein Glück. Das nervt natürlich, wenn das passiert. Ähm... Von daher muss ich die Maus einfach bei Isaac vielleicht andauernd ausmachen. Waren wir schon im Challenge Room? Ja, waren wir schon. Alles klar. Und hier unten hin waren wir auch schon, oder? Genau, hier war diese Stelle, wo ich hinwollte. Hier kriegen wir ja die Bombe. Dankeschön, Maus. Ach, Mann. Das war doch jetzt echt kacke. Oh, der, der ist ganz cool. Der ist ganz cool. Der dürfte eigentlich machbar sein. Ich würde zwar jetzt viel lieber fliegen können, weil die uns ganz schön einengen können. Aber... Scheiß drauf. Komm, 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 komm. Oh, mein Gott. Oh Gott, ein Glück findet das Ganze gerade in Zeitlupe statt. Nur so konnte ich da entwischen, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Naja, ich freue mich auf den neuen PC. Na ja, das wird schön. Endlich Isaac in Highspeed spielen. Das... Ich weiß auch nicht, warum Isaac so rumspinnt. Ah, es liegt wahrscheinlich nicht unbedingt daran, dass ich aufnehme. Ähm... Oder streame. Der Unterschied. Range up ist auch nochmal ganz gut. Jetzt können wir, glaube ich, von... Ja. Können so gut wie komplett rüberhauen. Also ein bisschen Range up wäre noch ganz nett. Ähm... Es wird nicht daran liegen, dass ich aufnehme. Sondern viel eher... Boah, hier wären jetzt gleich zwei Guppy-Items, ne? Vielleicht zwei Stück. Aber angeblich müssen wir ja die... Die... Die Pore hier auch einsetzen. Ähm... Also diese... Diese... Klaue, damit sie wirkt. Und damit müssten wir insgesamt drei Herzcontainer aufgeben. Und... Nope. My friends. Nope. Das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Wir gucken lieber weiter. Wir müssen bis Moms Hart übrigens kommen. Das hab ich noch gar nicht erwähnt, wie weit wir dann kommen müssen. So, guckt euch das an. Das ist doch optimal. Zusammen mit dem Meat Boy noch. Gibt's hier, denke ich, keine Probleme. Sofern wir uns auch nur ein bisschen anstrengen. Sehr gut. Erstmal ausgewichten. Genau, Meat Boy, mach du das doch. Ja, warum soll ich mich hier bewegen? Das sind doch perfekte Gegner für dich. Ich versteck mich, du greifst an. Äh, hier vielleicht genauso. Einfach mal fertig machen, okay? Dankeschön. Der hat schon so seine Vorteile, ne? Der hat schon seine Vorteile. Schade natürlich, dass wir keine Itemräume finden. Oh Gott, jetzt war ich ganz kurz verwirrt, weil es rot aufleuchtete da unten, obwohl ich dann natürlich nicht hingeschossen habe. Ähm, aber... Der Meat Boy hat Schaden ausgeteilt. So, was ist das für eine Pille? Bombs are key. Ne, Schlüssel sind immer noch recht wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht, 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 Vorsicht. Explodiert da unten, explodiert da unten, explodiert alles da unten. Sehr gut. Okay, wunderbar. Ohne Schaden überstanden. Hier haben wir eine Bombe. Das finde ich nett. Und in den Challenge Room können wir nicht reingehen, weil das ein Boss Challenge Room ist. Das heißt, da würden Bosse auf uns warten. Und da kann man nur reingehen, wenn man ein Herz hat. Irgendwie sowas in die Richtung. Boah, wir kriegen ganz schön viele von den Viechern. Und die kommen hier gar nicht raus. Ey, das ist schon cool, der Run. Der gefällt mir. Von den Items und so. Oh, aber die dürften trotz allem nervig sein. Die dürften trotz allem nervig sein. Sehr nervig sogar. Aber gut. Schaut euch das an. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Really, willst du mal auftauchen? Nö. Wie taucht nicht auf? Den Steam Cell können wir uns natürlich mal gönnen. Und dann könnten wir uns eigentlich auch mal eine Karte gönnen. Wheel of Fortune. Okay. Ja, jetzt nicht unbedingt so gelbe vom Ei. Hier liegt manchmal ein Item drin. Da liegt auch eins, ein rotes Herz. Oh, eine Blutbank, richtig? Na, dann spenden wir doch hier mal. Angeblich kann man ja hier mal ein bisschen öfter spenden, wenn man hier noch so am Verbluten ist. Aber irgendwie klappt das hier nicht so richtig. So, machen wir mal das und das. So, haben wir auch schon wieder so ziemlich volle Herzen. Ich mache mal hier trotzdem noch weiter. Hier lagen ja schon ein paar Herzen. Ich renne hier ein paar Mal noch rein. Ich hoffe, dass es explodiert und uns genau das gibt. Nämlich einen weiteren Herzcontainer. Hervorragend. Perfekt aufgegangen. Und Münzen haben wir auch noch. Mann! Also, das ist echt ein Run, wie ich ihn sehen will. So will ich das haben. So will ich das haben. Und jetzt gibt mir den Geheimraum. Mit Münzen. Haben wir die Münzen wieder aufgefüllt? Waren wir schon im Shop? Ja. Da gab es nur noch ein weiteres Herzchen. Aber Wheel of Fortune kann uns natürlich Pretty Flies verschaffen. Beziehungsweise da in der Arcade generell. Ich hätte aber sehr gerne noch eine weitere Blutbank. Das fände ich jetzt echt sehr nett. Das wäre wirklich wunderbezaubernd. Ja, wunderbezaubernd ist ein Wort, das man in deutschen Sprachgebrauch häufiger verwendet, als ihr jetzt vielleicht denkt. Nur weil ihr das nicht kennt, heißt das nicht, dass das niemand verwendet. Okay? So, du stirbst. Okay. Sehr gut, dem sind wir entkommen. Und die Fliegen können dich auch nicht schützen. Und was ist hier drinne? Was cool ist? Bomben sind immer cool. So, dann können wir jetzt hier noch nach rechts schaden. Den Bossraum haben wir noch gar nicht gefunden. Fällt mir mal so auf, ne? Okay. Eine Todsünde. Von mir aus. Genau, Yakin Ma, Yakin Ma. Das kannst du ja schon fast alleine hier machen, oder? Ist auch geil, dass der überhaupt keinen Schaden bekommen kann, unser Meat Boy oder sowas. Ich meine, gut, warum sollte der auch Schaden bekommen? Aber guck mal, der kann das ganz alleine machen. Wir können hier chillig zugucken. Ich meine, ich kann mal ab und zu so tun, als wenn ich Feuer... Und der Meat Boy nimmt einfach die ganze Zeit die Bombe mit. Ah, sehr gut. Das hat er bei mir immer trainiert. Bombe mitnehmen, wenn ich sie irgendwo lege. Jetzt hat es uns tatsächlich mal ein wenig geholfen. Ein bisschen unterstützen. Ah, das könnte jetzt täglich werden. Das könnte schmerzhaft enden. Shit. Ah, verdammt. Viel zu viel Leben hier verloren. Und hier kann ich nicht ausweichen. Oh. Aber die Tür hat das abgeblockt für uns. Ja, das war nicht so gut eben. Aber mein Gott. Die Seelenherzen sind eh nur da. Alter, wie sieht denn unser Mund eigentlich aus? Schon ein bisschen dämonisch, dieser Anblick hier, ne? Okay, gut, 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 gut. Wir können die mit den Tränen so ein bisschen fernhalten, auf jeden Fall. So, dich haben wir jetzt. Und dich kriegen wir auch alleine hin. Dankeschön, Meat Boy, dass du helfen wolltest. So. Der ist schon echt eine große Hilfe, muss ich sagen. So, manchmal, manchmal wahrscheinlich nicht. Manchmal wahrscheinlich schon. Ah, Mist. Jetzt haben wir die als Gegner. Und hier legt es dann ganz besonders schlimm. Aber der Meat Boy kann uns nicht helfen. Aber vielleicht kann ich ja hier mal so ein bisschen, dank den Legs, ein bisschen besser spielen. Na, komm schon. So, den haben wir. Sehr gut. Gut, wunderbar. Den auch. Jetzt nur noch den. Sehr gut, haben wir auch. Alles klar. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, du willst Herzen. Na, die geben wir dir doch. Gib uns mal was Cooles. Du bist sehr teuer, was? Naja, wir haben hier genug Herzen rumliegen. Ich gebe dir notfalls alle, die ich habe. Notfalls. Notfalls. Junge. Oh, mein Lieblings-Item. Den Kopf. Hätten wir vorhin die anderen Sachen genommen, wären wir jetzt theoretisch Gabi. Theoretisch. Deswegen. Weil wir dann natürlich niemals so viele Dings opfern hätten können. Ich würde aber sagen, wir versuchen es erstmal ohne den Kopf. Wir nehmen ihn aber gleich mit, auf jeden Fall. Aber erstmal das Jamhart noch versuchen aufzuladen. Vielleicht klappt es ja noch. Eher nicht. Aua, 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 aua. Wir nehmen stattdessen noch ein bisschen mehr Schaden. Aber wir können gleich die Herzen aufsammeln. Hier gab es ja noch genug und Notfalls können wir immer noch spielen. Von daher passt das. Health up! Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Klar, wir könnten jetzt natürlich zur Arcade laufen und da spielen und die Karte mit runternehmen. Aber hey, wir spielen jetzt einfach hier. Werde ich wahrscheinlich irgendwann bereuen, aber mein Gott. So, wir schauen einfach mal, ob hier was Schönes bei rauskommt. Herzen wären jetzt sehr cool. Oder pretty flies. looks, Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017